Der Zona-Mikrofon und mit Update 16.40 erhalten wir einen neuen NPC hier unten auf dieser Insel zwischen Slurpy Swamp und Misty Nettos. Diese NPC heißt Aurelia und es ist die weibliche Ausgabe von dem Skelett. Wie ihr seht auf der Insel hier ist nicht viel Platz und hier gibt es auch nichts zu entdecken eigentlich. Ich habe jetzt hier keine Waffe gefunden, aber hatte zu den Spieler die herumspielen und alles mögliche Niederschutz nehmen zu müssen. Deswegen bin ich einfach mit meinem Wasser geküppt und habe gewartet bis die Spieler wechseln bzw. habe auch noch einen Kill gemacht währenddessen. Und dann bin ich hier nochmal hingegangen für euch und der kann wirklich nichts Besonderes. Der gibt uns keine Waffen oder Informationen, sondern einfach nur sagt er Tribut. Was das Ganze auf sich hat, werden wir wahrscheinlich noch erfahren. Auf jeden Fall ist die Sammlung jetzt vervollständigt und ich hoffe ich konnte euch dabei helfen. Haut rein meine Freunde.